Moin Leute und ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zum Nubigring mit zwei Freunden und ja, ich glaube da kommen sie auch schon. Ja guck mal da sind sie. Moin! So, sind jetzt angekommen, futtern schön was und ja, bis morgen. So, nächster Morgen gut gepinnt, denke ich mal, sicher. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, gucken noch mal eben kurz hier in der Bude rum. Ganz gut gepinnt, gestern gab es noch hier zwei, drei Getränke. Gucken, der wird auch gut gepinnt, der wird jetzt weg. Moin! Und ja, jetzt gehen wir noch eben zum Bäcker und danach geht es auf den Ring. Angekommen auf dem Nubigring und ja, ich würde sagen, schauen wir mal ein bisschen rum, was hier so los ist. Oh, oh 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil Gucken uns hier so ein paar alte Sachen an und es ist ordentlich was los So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir hier auf der Rennstrecke, mega geil So, jetzt sind wir gerade hier auf der Rennstrecke, mega geil